So hallo wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance mit einem Modus Tainted Eden in Greed Mode der es in sich hat denn ich brauche gar nicht mehr nachgucken was gewisse Items machen sobald ich getroffen werde ist es eh vorbei. Oh das ist schon wieder wir starten einfach mit Dings mit mit Uranus. Das ist ich wiederhole mich aber kann ich das bitte behalten? Oh man. Das ist schon cool. Oh das würde ich echt gerne behalten. Was macht die Fernbedienung nochmal? Oh Sie rollt mich. Gut das machen andere Dinge zum Glück noch nicht genug. Rerollt die mich in irgendeinen beliebigen Charakter oder was ist jetzt kaputt? Ich muss mal ganz dringend mich zurück rerollen nach Möglichkeit. I guess. Hilfe. Die Frage ist, kann ich das überhaupt noch? Jetzt hätte ich doch ein Item nachgucken sollen. Äh. Das ist jetzt nicht so günstig. Wann bin ich jetzt überhaupt noch Eden? Oder was bin ich jetzt? Ja moin. Ja moin. Ähm. Mein Spiel ist abgestürzt. Ich hab Space gedrückt. Mein Spiel ist abgestürzt. Ja cool. Ja geht nix mehr. Wieso? Was? Ja okay. Ich kann nix. Ich. Ich kann nix tun. Muss ich schließen. Ja Isaac reagiert nicht mehr. Hab ich auch gemerkt. Ja moin. Ja das war ja ne gute Runde. Ja. Ja. What the heck? Hat die Fernbedienung das jetzt zum Absturz gebracht? Weil ich so schnell rerollen wollte? Oder was? Hey. Okay. Kann ich continuen? Und wenn ja wo? Habe ich jetzt mein Eis wieder? Und die Fernbedienung ist nicht ausgelöst vielleicht? Ja. Sehr gut. Dann drücken wir die Fernbedienung einfach nie wieder. Okay cool. Bisschen wieder am Anfang. Es ist nichts passiert. Das war einfach jetzt ein natürlicher Reset Knopf. Okay. Schön. Ähm. Interessant. Äh. Okay. Ja. Nun. Ich hab verstanden. Ich drück die Fernbedienung nicht mehr. Alles klar. Auch wenn mir der Vierfachschuss gut gefallen hat, aber was da draus geworden ist, nicht so. Jetzt hab ich natürlich weniger Möglichkeiten zu schießen, was kritisch ist. Ja, jetzt werde ich gleich getroffen werden. Aber damit muss ich leben. Ja, das war's dann auch mit der Geschichte. Oh, das war's dann auch mit der Geschichte. Oh, das war's dann auch mit der Geschichte. Oh, das war zu bald. Ich hab gar kein rotes Herz. Ja, moin. Jetzt bin ich da drauf. Oh, ne komm. Den resetten wir. Schade. Schade. Was haben wir jetzt für Schüsse? Okay. Schöne Tierrate. Schöne Tierrate. Wuiiii. Wuiiii. Na, damit kann man doch was anfangen. Okay, jetzt ist die Frage. Wir machen es mal hier. Okay. Tja, gehen wir erst mal in den Itemraum. Das waren verdammt viele Knochenherzen, die ich jetzt dringend aufladen müsste. Ich hoffe, wir werden nicht zu schnell getroffen, weil sonst sind die halt alle weg. Und das wäre ärgerlich. Das wäre ärgerlich. Zum Glück haben wir das Jamhard, das heißt, alle vier Räume kriege ich eine Aufladung. Dann dürfte ich zumindest ein paar Knochenherzen noch behalten können. So. In acht Sekunden gibt es das nächste Knochenherz. Ja, damit hat sich das Knochenherzen auch erledigt. Kriege ich nämlich keine Aufladung mehr. Wenn nur die Items wechseln würden und nicht auch die Anzahl der Herzen und so mit jedem Treffer, dann wäre das schon nochmal eine bessere Geschichte, ne? Muss man halt leider auch dazu sagen. Muss man halt leider auch genauso dazu sagen. Muss man halt leider auch dazu sagen. Nein, das ist der letzte Treffer. Ach, der war nochmal nötig, ne? Ach, komm schon, ey. Na, kaufen kann ich mir eh nix. Dann können wir nur hoffen, dass die Truhe für mich was Schönes beinhaltet. Ja gut, würde mich halt auch, also es würde jetzt meine Knochenherzen komplett füllen, bevor ich getroffen werde. Hm, wäre vielleicht eine Idee. Irgendwie dumm, aber auch eine Idee. Ja, komm, was soll's. Loll. Ich droppe eine Batterie, um wieder eine Batterie einzusetzen, um wieder das Ding einzusetzen. Sehr gut. Bisschen viel los hier. Ja. Oh, ich hatte, oh, ich hab, ich hab Holy Shield. Habe ich ja nicht realisiert. Das ist natürlich cool. Weil dann mit Holy Shield, äh, wo hab ich denn Holy Shield eigentlich, hä? Das wird da oben gar nicht angezeigt bei den Eitel, hä? Dann hab ich nicht Holy Shield, dann hab ich irgendwas anderes krasses. Oder nicht so krasses. Jo, ist ja gut jetzt. Also ich glaube nämlich nicht, dass ich dann damit durch, äh, den Stachelraum gehen kann. Das scheint mir nicht so zu funktionieren. Weil jetzt leuchtet dieser Kreis unten. Ach, ich hab das Krass. Ja, es ist das Twinket. Das Twinket ist es, das Twinket ist es. Ich darf einmal pro Ebene getroffen werden. Das war das Ding. Das ist nicht Holy Shield. Ich kann damit nicht, ich kann damit nicht durch die Dings durchgehen. So, die fünf Bomben krieg ich eh wieder. Äh, die fünf Münzen. Okay, ein Versuch war es wert. So. Aber jetzt, dann Abflug. Also nachdem wir den Kampf noch gemacht haben. Das dürfte jetzt aber ganz gut ohne Treffer funktionieren. Die ist jetzt an sich ja nicht so kritisch, wenn ich mich nicht furchtbar anstelle. Kannst du auch noch was anderes? Wobei es mir vielleicht lieber ist, dass du das hier machst. Und du kannst dich auch noch so komisch drehen und das macht dann mehr Schaden am Ende. Oder mehr Probleme eher. Ach, geh heim. Wobei, ist gut. Ist okay. Ist okay. Nehme ich. Nehme ich. Hoaming Shots nehme ich. Damage ab ist auch gut. Ja, ist okay. Kann man nehmen. Kann man nehmen. Nicht optimal, weil andere Items sind jetzt weg, die ich gerne hatte. Aber ist okay. Kann man, kann man mitnehmen. Nicht treffen lassen. Ah, okay. Die machen keinen Schaden. Dann ist es nicht so schlimm. Was habe ich denn da noch für ein Zusatzding? Hä? Hä? Welches von meinen Items macht das denn? Das war ja interessant. Na gut. So, Schlüssel. Mehr kann ich nicht tun im Moment. Okay. Schlüssel, Itemraum. Ein Ei. Das ist das mit dem Kopf, ne? Dass ich so, ja, 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 passt schon. Nicht schlecht. Ist okay. So, und jetzt haben wir schön Damage und zielsuchende Tränen. Die möchte ich gerne behalten, bitte. Das ist einfach der, der Top-Spruch für, für Runs mit Eden. Darf ich das behalten? Das ist einfach, das symbolisiert einfach alles, was dieser Run ist. Mama! Oh, nö! Jetzt haben wir dieses Accuracy-Ding, dass wenn ich Off treffe, dass dann die Schüsse besser werden. Das ist natürlich auch cool für den Modus hier. trotzdem hätte ich gerne meine Homings-Schüsse zurück. Aber wir werden noch so oft wechseln. Das ist das Schlimme. Wir werden noch so oft wechseln und ich werde immer wieder denken, wenn ich jetzt das noch hätte und das noch hätte, dann wäre das cool. Aber es wird halt nicht passieren. Das ist das Problem. Es wird halt einfach nicht passieren. Weil ich werde noch öfter getroffen werden. Das ist leider nicht vermeidbar. Aber je mehr Items ich habe, umso höher die Chance, dass ich zu was normalem re-rolled werde. Das ist das Ding. Also was ich nicht normal zu was brauchbarem re-rolled werde, das wollte ich sagen. So. An sich ist es egal, was ich kaufe. Weil wenn ich getroffen hätte, ist es eh weg. Also nehmen wir das jetzt mit. Das ist jetzt am ehesten brauchbar. Ne? So. Weiter. Weil mit den Dingen zusammen macht es dann ziemlich schnell ziemlich viel Schaden. Was ziemlich gut ist. Oh Junge. I'm so dead. Also dead nicht, aber ja, ich werde so schnell getroffen. Das wollte ich sagen. Okay, Twinket haben jetzt den Flügel. Ich muss auch immer auf die Twinkets achten. Wir haben jetzt schon zweimal die Twinkets böse mitgespielt, ohne dass ich es realisiert habe. Okay, wir haben Piercing Shots. Piercing Shots geil. Oh, den habe ich nicht. Oh mein Gott, ja. Auch das würde ich gerne behalten. Oh Mann, ey. Oh, das geht sogar. Jo, das prallt sogar an der Wand ab. Das ist ja super gut. Jetzt ist nur der Damage nicht mehr so gut. Aber ich kann mehrere davon schießen. Oh, ich kann auch so schießen. Mist. Mist, aber wir haben schön Damage zurückbekommen. Und wir können jetzt springen. Hui. Okay. Ähm. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Ich meine, das Problem an sich bleibt ja bestehen. Nein, schade, da war er nicht. Äh, das Problem an sich bleibt ja bestehen, dass ich, äh... Weißt du schon. Sofort meine Energie wieder verlieren kann und auch gerollt werde und so weiter. Aber insgesamt... Oh je. Oh je. Okay. 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 Nee. Okay. Es ist... Es hätte schlimmer kommen können. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Auch das ist voll okay. Auch das hier wird voll okay sein. Wo ist es nur behalten können dann. Das ist das Ding. Okay. Gib mir Geld. Ah, halt. Dann springen wir lieber ihn hier. Er gibt mir Geld. Oh, ich hab... Wie sag ich denn den anderen jetzt wieder verfehlt? Ich bin ja wieder komplett dumm. Wie sind das? Jetzt Two of Spades. Mach doch zwei Schlüssel. Und wenn ich jetzt noch einen dazu einsammle... Wo sind wir denn? Wir sind auf Dank Devs. Da brauch ich jetzt aber den Schlüssel erstmal nicht. Aber dann hätte ich jetzt drei. Ja, dann haben wir alle Schlüssel zusammen. Dann machen wir das so. Mehr Schlüssel brauch ich nicht mehr. Okay. Dann los geht's. Auf das wir nicht getroffen werden mögen. Und wenn wir getroffen werden, dann was Gescheites bekommen. Ich mein, wie gesagt. Je mehr Items wir haben, umso mehr wird hier re-rollt. Umso interessanter wird die Geschichte. Das ist einfach ein konstantes Betreten von einem... Von diesen Würfelräumen. Der einfach alles re-rollt. Das ist es. Aber aktuell bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem, was ich habe. Das wäre jetzt auch wieder was, wo ich sage, wäre jetzt nicht so schön, es zu verlieren. Aber ich meine, es wird passieren. Ich werde hier nicht ohne Treffer durchkommen. Ziemlich sicher. Aber im Moment ohne Treffer würde noch bedeuten, dass wir in den Engel... Oh ja, so viel dazu. Auch das ist wieder eine sehr interessante Geschichte mit der Schere hier. Ah, verflucht. Das ging... Das hatte ich schon wieder so viel auf einmal gemacht, ne? Und guck mal, was jetzt wieder geiles für Zeug... Wir haben jetzt wieder so viel geiles Zeug bekommen. Wir haben jetzt so viel geiles Zeug bekommen. Mensch. Ja, wenn ich das jetzt kaufe, ist es irgendwie unnötig. Aber es ist ein Item. Und es wird ja im nächsten Treffer eh zu was Neuem. Und es ist ein Item für sieben Münzen. Ich bin doch richtig in der Annahme, dass das dann schlauer ist, ein Item für sieben Münzen zu kaufen. Auch wenn man es vielleicht nicht effektiv nutzen würde. In der Annahme bin ich doch wohl hoffentlich richtig. So. Oh mein Gott. Wir haben das Sacred Heart. Das habe ich gar nicht realisiert. Oh mein Gott. Wir haben das Sacred Heart dabei. Das ist durch den Reroll gekommen. Oh meine Güte. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das sehe ich jetzt erst. Können wir bitte nicht mehr getroffen werden? Darf ich das bitte behalten? Oh mein Gott. Okay, okay. Wir müssen... Oh mein Gott. Wir dürfen nicht mehr getroffen werden. Uff. Uff. Doch, mach dich weg. Ciao. Engelraum. Ja, gut. Ist ja das Einzige, was es hier gibt. Warum nicht, ne? Why not? Auch das wird's cool, es zu behalten. Auch das wird's cool, es zu behalten. Aber sowas wie Bibelkaufins, das dürfte jetzt ein Item sein, was man nicht behält, weil das wechselt ja nur durch in dem Spacebar-Slot. Also da würde ich jetzt kein Geld für ausgeben, dann gehen wir lieber weiter. Dann gehen wir lieber weiter und hoffen, dass wir nicht mehr getroffen werden. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Man weiß es nicht so genau. Oh, Curse of the Blind. Ich seh die Items jetzt nicht. Ah ja, wird schon nicht schief gehen. Tears up, ist okay. Aber wir werden jetzt hier zumindest nix kaufen, glaube ich. Ah! Das ist nicht so okay. Das ist jetzt nicht mehr so okay. Äh, die wollte ich nicht haben. Sind die trotzdem noch zielsuchend eigentlich jetzt oder hat's das überschrieben? Also gehen die trotzdem noch weg? Ja, die gehen trotzdem noch weg. Okay, okay. Wer müsste ich da schnell hinbekommen? Scheiße! Oha, wir schießen Bomben. Und wir haben ein Schwert. No! Ich wechsle so schnell durch! Das geht so... Das geht so... Oh mein Gott! Das geht so schnell. Dieser Wechsel. Ah, ich hab die Dinger. Jetzt hab ich's verstanden. Ich konnte nicht schießen, weil ich die Schokolade hab. Ja, so viel dazu. Oh mein Gott, das ging so schnell jetzt wieder mit der Energie, ne? Ach Gott, ey! Wie kann ich gerade schießen? Ich schieß gerade nicht vernünftig. Spawn einfach nur die Dinger und irgendwie... Irgendwie sind die halt da. Äh. Äh. Ach, die kommen aus mir raus. Und gehen dann zu den Gegnern hin. Aha. Aha. Okay, aber es hat wieder nicht gereicht. Ich wollte, es ist so, dass sie gleich kaputt gehen, aber es hat nicht gereicht. Weil ich hätte natürlich gerne, dass wir... Nein, dass ich die nicht verliere. Ich hab die doch irgendwie trotzdem nicht verloren. Kann es sein? Irgendwie hab ich die trotzdem nicht verloren. Ja, okay. Hier nehmen wir nix. Ach doch, ich hab die ver... Oi, was ist passiert hier? Achso, ich fliege... Ach, ich bin der Körper. Ih, nein, ich will... Nein, der Effekt muss weg. Das macht mich ja wahnsinnig. Nein, der Effekt muss weg. Ganz dringend. Okay, hier gibt's ein siebener Item. Und zwar viele siebener Items. Wir müssen jetzt die siebener Items kaufen. Ich werd eh nochmal getroffen werden. Bei dem Sachen, die ich jetzt hab, werd ich eh nochmal getroffen werden. Dann kann ich auch die siebener Items holen. Und zwar richtig viele. Okay, das war alles in Ordnung. Das war alles in Ordnung. Das war alles in Ordnung. Und wenn ich jetzt gerollt werde, hab ich noch mehr von dem Zeug. Das war okay. Das war okay. Das war absolut in Ordnung. Okay, schön. Okay. Weiter im Programm. Und das Schöne ist, jetzt haben wir aktuell das Twinket dabei, dass sobald ich Gegner töte, hab ich ein Schild um mich rum für einen kurzen Moment. Das könnte mir jetzt durchaus hier bei der Geschichte helfen. Wow! Na, okay. Da wurde ich getroffen. Was tun wir denn jetzt? Yo! Okay. Okay. Ich weiß nicht, was wir da haben. Aber ich mag es. Es ist alles so... So insane. Ich glaub, Tiersabwehr ganz gut. Für die Situation, die wir im Moment haben. Machen die da oben bumm jetzt? Ach, das sind die... Das sind die Flaming-Tiers, die sich verbunden. Oh mein Gott! Aber ich krieg die Dinger nicht kaputt, ne? Aber das sind die Dinger, die sich verbinden. Plus Flaming. Der ist ja... Oh. Äh, ich hab re-rollt. Das wollte ich nicht. Aber dafür haben wir jetzt wieder ein siebner Item. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ist jetzt wieder eins, was ich nicht kaufen würde. Aber dadurch, dass es die siebner Items sind, her damit. Ne? Okay. Ab da ist Space by Item, brauchen wir nicht mehr kaufen. Alter. Können wir noch hier ran? Ja, perfekt. Was gibt's da Leckeres? Höh! Ein Callspace! Das flammt, die flammt mir nix, ne? Ne, das wäre ja auch ein bisschen dumm. Wäre ein bisschen dumm. Callspace. Das gibt mir noch ein nices Item. Das nehmen wir gerne noch mit. Da kommen wir nicht ran, wissen wir Bescheid. Okay. Interessant. Aber dass die sich nicht sprengen lassen, das wundert mich. Alles geht in die Luft. Oh, was hab ich denn jetzt? Jetzt ist es anders. Ach so. Ah, weil ich die gegen die Wand geschossen hab. I see, I see, I see. Ja, die Dinger gehen einfach nicht in die Luft. Okay, dann lassen wir das. Sollen sie es lassen. Sprengen wir die noch kurz. Und dann geht's los hier. Boah, aber dann kann ich jetzt noch so vorbereiten, dass ich hier einfach übelst das riesige Ding baue und dann den Boss hole. Dann kriegt er das einfach voll ins Gesicht. Ja, das hat ja gut funktioniert. Problem ist, ich werde jetzt dem ganzen Zeug nicht ausweichen können, weil ich selber mein eigenes Zeug nicht sehen werde. Das ist das Problem. Okay. Wo ist der Gegner? Ich sehe keinen Gegner mehr. Okay, scheinbar hab ich ihn erwischt. Das Gute ist halt, dass ich auch noch ein Schild hab. So ein bisschen mich auch noch abwehren kann. Ja, das hätte mich jetzt... Das wäre jetzt ein Treffer eigentlich gewesen, aber so natürlich nicht. Interessantes Ding. Ich glaub, das Messerdarts zu kaufen ist Quatsch. In der Situation, in der wir sind. Da kaufe ich kein Messer. Okay. Hopp, dass wir nicht getroffen werden. Es bleibt nur noch die Shop-Ebene. Es bleibt nur noch die Shop-Ebene. Ich überlege, ob ich das Damage abkaufen soll. Aber Damage ist 44,58. Ach, aber es ist ein HP-Up dazu. Ja doch, fürs HP-Up nehme ich's. Bin ich ganz ehrlich, fürs HP-Up nehme ich's mit. Würde ich gerne noch irgendwie versuchen, zum Sprengen zu bekommen, aber ich krieg die nicht gesprengt. Alles explodiert, aber die nicht. Verstehe ich nicht. So vielleicht? Die fliegen einfach nicht in die Luft. Dann sollen sie's lassen. Dann sollen sie's lassen. Oh. Hier kann man noch ein bisschen kaputt machen. Und den Geheimraum noch holen. Okay, was nutzt mir das jetzt? Ich glaub, es gibt mir neue Her... Ah, es gibt mir gar nix. Kann ich's kaputt machen? Nee, ne? Bruder. Okay. Also wenn wir das jetzt behalten könnten, wäre das cool. Problem ist, ein Treffer vorbei. Aber wir haben jetzt so viele geile Sachen gehabt, ne? Es ist insane. Ja, jetzt kriegen wir natürlich noch mal Curse of the Blind. Da hab ich ja jetzt schon Angst. Da irgendwas zu kaufen, hab ich ja jetzt schon Angst. So, jetzt packen wir noch ein bisschen was zusammen hier. Können wir noch ein bisschen hier gleich mal Feuer machen überall. So, jawoll. Und dann setzen wir mal gleich so ein Ding zusammen. Und los geht's. Dann gucken wir, was passiert. Ob wir hier durchkommen, ohne getroffen zu werden. Ich glaub's ja nicht. Lol. In dem Raum, okay. Ah, shit. Ah, shit. Schade. Aber auch das ist wieder eine interessante Geschichte, die wir hier jetzt haben. Aber wo habe ich denn jetzt was gesprengt? Ach, hier ging der auf. Dann gehen wir doch mal rein. Ja, okay. Jetzt haben wir hier ein siebener Item. Ich mein, aber jetzt bin ich ganz ehrlich. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage... Jetzt würde ich kaufen. Jetzt würde ich kaufen. Ne? Ach, wir haben alles auf sieben, weil wir Steam Sale haben, oder was? Oh. Wir haben Steam Sale. Ja, dann ist ja egal, was wir kaufen. Hier kann ja nur schief gehen. Date mal. Ja, das brauchen wir schon mal nicht. Blue Map haben wir schon mal gekauft. Die FSFs, okay. Ja, okay. Wir nehmen das Jam hat natürlich mit. Aber es nützt mir halt im wenigstens. Naja. Irgendwas muss ich halt nehmen. Aber, ah man, meine Tiers... Die Tiersrate ist super. Der Damage ist gar nicht mehr. Gucken wir, was passiert. Dafür haben wir den schönen Nebeneffekt. Scheiße. Was habe ich jetzt? Ich kann nicht an... Hä? Wie greife ich... Hä? Ich kann nicht mehr schießen. Was bin ich? Hä? Ich kann nicht mehr... Ich weiß nicht, wie ich angreife. Also, irgendwie talk. Irgendwie macht der Schaden. Ach! Ich habe die... 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 Die Dinge. Das Ding hier. Oh, das ist aber... Oh, das ist super langsam. Was ist mit dem... Ach. Das ist zielsuchend. Das ist Sacred Heart plus... Dings. Und wenn kein Gegner da ist, dann geht's nicht... Oh mein Gott, das ist ja auch insane. Das ist zielsuchend plus... Oh mein Gott, ey. Yo, und der Damage. Okay, wir müssen hoffen, dass wir das jetzt behalten können. Ich habe jetzt nichts Neues mehr gekauft. Ich habe jetzt nichts Neues mehr gekauft. Ich hoffe, wir können das behalten. So, die soll da oben jetzt wüten, die Träne. Oder halt, wo auch immer Gegner sind. Nicht mich. Mach kaputt. Mach's kaputt. Bitte mach's einfach ganz schnell kaputt. Nice. Okay, ich kaufe hier nichts mehr. Ich kaufe hier nichts mehr. Ich habe halt auf Schwarz Herzen gehofft. Keine bekommen. Okay. Buh. Okay. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann auch ein Herz... Nee, kann ich nicht, weil es voll ist. Alles voll. Alles voll. Wir können den Knopf noch drücken, aber jetzt traue ich mich nicht. Wait. Die Dinger sind offen. Okay. Oh nein. Kann der mir raushelfen? Oh nein. Wieso war das offen? Wieso ist es jetzt zu? Scheiße. Scheiße. Nein. Ich meine, ich werde noch öfter jetzt getroffen. Jetzt ist es im Prinzip auch wieder egal, ne? Ich werde jetzt eh noch öfter getroffen. Und dann werden wir neue Sachen bekommen. Aber ich hätte schon gerne das gerade gesehen bei Dings. Ja, da ist schon wieder... Ja, hier, ne? Ah, verdammt, ey. Ah, verdammt. Das gerade wäre besser gewesen. Und das, was wir vorher hatten, wäre noch viel besser gewesen. Aber gut, gucken wir, was passiert. Ich werde jetzt noch so oft getroffen. Das wird sich jetzt noch so oft alles ändern. Ich habe keine Ahnung. Yo. Meine Münzen haben sich einfach komplett verabschiedet gerade. Okay. Das war nicht gut. Äh, meine Münzen, meine Herzen. Wollte ich sagen. Scheiße. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also wirklich nicht. Wie meine Herzen jetzt so schnell weggegangen sind, weiß ich nicht. Ich hatte doch gerade so viele noch. Mist, ey. Ey, das mit den Herzen ist jetzt Mist. Ich wusste... Wieso habe ich jetzt so viel auf einmal verloren? Das muss ich mir unbedingt im Nachgang mal wieder anschauen. Was genau da passiert ist. Ich weiß es nämlich. Beim besten Willen nicht. Ich weiß es beim besten Willen nicht, was da jetzt passiert ist. Shit. Shit. Ich weiß es nicht. Nein! Jetzt habe ich wieder mehr Herzen, aber kann es nicht füllen. Und ich schieße jetzt, oh, ich schieße schief, oh nee. Ja, jetzt wird es kritisch, jetzt wird es kritisch. Scheiße. Nein, es machte die ganze Zeit die Schlüssel. Weil er gemerkt hat, dass das böse für mich ist. Nein, oh boy. Fuck. Fuck. Ich habe zu wenig Energie, das ist mein Problem. Und ich habe halt meine Herzen verloren einfach durch den We-Roll. Shit. Aha, okay, ich hatte einen Holy Shoot scheinbar. Äh, Dings, Dings meine ich. Kann ich bitte öfter diese Flamme schießen? Ah, shit. Was ist jetzt? Ah, ich habe das Schwert. Weiß ich, wie das Schwert so geil ist an der Stelle. Der Ripp. Ach, Mann. Du hast... Das ist wahrscheinlich das Ding bei diesen Iden Ones. Du hast so oft das Gefühl, jetzt wird es was. Aber wenn du halt einmal getroffen wirst, ist dieser Moment ja schon vorbei. Wir hatten so gute Möglichkeiten mal wieder. Übelst viele. Übelst viele. Boah, Eden ist so von OP zu nicht so ganz OP. Okay. Aber es hätte genauso gut mich auch jetzt in andere Sachen gehören können. Ach. Schade. Schade. Am Ende zu wenig Herzen gehabt. Aber ich muss immer noch mir angucken, was da passiert ist. Ob es mir einfach alle Herzen auf einmal weggesnackt hat. Irgendwas ist da passiert. Na ja, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.